Wir hatten gestern erwähnt, dass ein junger Mann, der mit einer Gruppe von Bergsteigern in der Umgebung von La Berard unterwegs war, bei einem Sturz ums Leben kam. Es handelte sich um Monsieur Jacques Herprin, wohnhaft in der Rue Violette-le-Duc-Ten in Paris. Monsieur Herprin war am Sonntag mit drei Gefährten, den Herrn Jean Brille, Pierre de Lerre und Henri Gugnier aufgebrochen, um les Bains zu besteigen. Beim Abstieg löste sich ein Kletterhaken, an dem das Seil befestigt war und nahm eine kleine Plattform mit sich, auf der sich Monsieur Herprin befand, welcher in den Abgrund stürzte. Ein Bergungstrupp ist aufgebrochen, um den Leichnam zu suchen und hofft, ihn heute zu erreichen. So endet deutlich zu früh das Leben von Jacques Herprin. 23 Jahre nach Abschluss eines wichtigen Studienabschnittes aufgebrochen, um noch ein paar Tage in den Bergen zu verbringen und dann dort abgestürzt im Jahre 1931. Das Foto, das Sie hier sehen, ist auch ein sehr interessantes, eine interessante Aufnahme, entstanden in Hamburg. Dazu erzähle ich vielleicht bei anderer Gelegenheit mal mehr, da gibt es auch eine interessante Geschichte zu. Jedenfalls ein junger Mann, wie Sie sehen, der sich schon in diesem jungen Alter einen Namen gemacht hatte, durch seine besondere mathematische Begabung, der wichtige Erkenntnisse erzielt hat in der Logik und ausgearbeitet hat. Und dem wir auch heute noch einige Bezeichnungen und Konzepte verdanken, die in der Logik eine große Rolle spielen. Und darum soll es heute gehen. Wir sprechen über Herprin-Modelle und allgemeine Herprin-Interpretationen, Herprin-Universen und so weiter und so fort. Im Übrigen, wie meine Original-Dokumente zweifelsfrei belegen, handelt es sich hier um einen Franzosen und dessen Namen wird man wohl sicherlich eher so aussprechen, wie ich das getan habe. Sie dürfen auch Herbrand sagen, wenn Sie sich da nicht so wohlfühlen. Also man findet tatsächlich in der heutigen Umgangssprache, auch im Englischen häufig Fälle, in denen von Herbrand-Models etc. gesprochen wird. So ist es, wenn man so berühmt ist, dass der eigene Name überall auftaucht. Ich möchte gar nicht wissen, was mir da blühen würde, wenn das mal mehr widerfahren würde. Zum Glück besteht die Gefahr nicht ganz so akut. Willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Grötzsch. Sie sind bei Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Und wir hatten uns zuletzt beschäftigt mit Resolution, dem Algorithmus. Ich hatte Ihnen argumentiert, dass das, was Resolution produziert, korrekt ist. Das heißt, wenn die leere Klausel abgeleitet wird, dann ist tatsächlich das, was wir als Eingabe hatten, unerfüllbar gewesen. Das war sehr einfach und schnell gezeigt. Was wir jetzt tun ist, wir möchten gerne in Richtung der Umkehrung dieser Aussage kommen. Das heißt, wir wollen Vollständigkeit beweisen. Das heißt, wir wollen zeigen, wenn es kein Modell für eine Formel gibt, wenn sie unerfüllbar ist, dann leitet Resolution die leere Klausel ab. Und das ist die schwierig zu beweisen der Aussage. Warum ist die schwierig? Das Problem ist einfach, dass Modelle als prädikatenlogische Modelle allgemein sehr, sehr allgemeine Strukturen sind. Sie haben eine beliebige Menge als Domäne und damit ist die systematische Betrachtung sehr schwierig. Es ist gar nicht klar, was alles als Grundmenge für so eine Interpretation in Frage kommt und was wir da jetzt meinen, wenn wir sagen, es gibt kein Modell. Müssen wir alle denkbaren Modelle betrachten und das sind eben sehr viele. Und da kommt jetzt eine Idee ins Spiel, die von Erbran untersucht wurde, die aber auch an anderen Stellen in der Logik aufgetaucht ist. Skulem hatte ähnliche Ansätze, Gödel hatte ähnliche Ansätze. Und diese Idee ist hier mit dem Slogan zusammengefasst, Semantik aus Syntax. Also wir wollen Modelle konstruieren direkt aus den Formeln, welche sie letztlich erfüllen sollen. Das heißt, wir wollen aus der Syntax geeignete Modelle ableiten und einerseits ist es schön, wenn man das kann. Andererseits ist es vor allem gut, wenn man erkennen kann, dass diese Modelle, die man aus der Syntax direkt gewinnen kann, immer ausreichen. Dass sie immer ausreichend repräsentativ sind, sodass alles, was erfüllbar ist, auch mit solchen syntaktischen Modellen erfüllbar ist. Und dann hat man was sehr Konkretes. Darüber kann man sprechen. Und dann ist man schon einen ganzen Schritt näher dran an dem, was wir hier zeigen wollen. Okay, also wir wollen diesen vagen Begriff, diesen schwammigen, wolkigen Modellbegriff der Prädikatenlogik ein bisschen technischer, konkreter machen. Ein bisschen auf die Erde zurückholen. Okay, die Idee dazu ist es, dass man vor allem zunächst einmal die Domäne vereinfacht. Und der Kern dabei ist es, eine sehr syntaktische Domäne zu wählen. Eine Domäne, die aus syntaktischen Ausdrücken, aus Termen tatsächlich besteht. Und das ist das sogenannte Erbron-Universum. Wie bildet man das? Zunächst einmal nehmen wir an, dass wir eine beliebige Konstante a haben. Das Erbron-Universum Delta f für eine Formel f ist nun die Menge aller variablen freien Terme, die man mit Konstanten und Funktionssymbolen in f und der zusätzlichen Konstante a bilden kann. Nochmal explizit aufgeschrieben, als induktive Definition. Das Erbron-Universum enthält die Konstante a. Das Erbron-Universum enthält die Konstante c, für jede, also enthält jede Konstante c, die in der Formel f auftaucht. Und für jedes endstellige Funktionssymbol f aus der Formel f und alle Terme t1 und bis tn, die ich in diesem Erbron-Universum schon finde, soll auch zusätzlich noch der Term f von t1 bis tn im Erbron-Universum enthalten sein. Und das ist jetzt induktive Definition. Also auch dieser Term darf dann wieder als Argument in anderen Funktionen auftauchen. Okay, das heißt, ich habe beliebig geschachtelte Funktionsterme, die aber keine Variablen enthalten. Ja, so steht es auch da. Okay, was bedeutet das? Das bedeutet insbesondere, das Erbron-Universum ist immer abzählbar. Warum abzählbar? Naja, weil die Elemente sich als endliche Zeichenketten darstellen lassen. Und es gibt nur abzählbar viele endliche Strings. Damit ist schon mal klar, Abzählbarkeit ist sicher. Das ist in Fortschritt. Also allgemein in der Prädikatenlogik, so wie ich es definiert habe, darf eine Domäne auch überabzählbar sein. Ich könnte die reellen Zahlen zum Beispiel nehmen als Grundmenge für eine Interpretation. Und man kann sich leicht denken, es ist irgendwie schwer, mit so etwas groben und allgemein zu arbeiten. Es ist schön, wenn man sich auf abzählbare Dinge beschränken kann. Dieses Universum ist also immer abzählbar. Manchmal ist es sogar endlich. Das kann passieren. Naja, wir sehen schon, wann das passiert. Das passiert genau dann, wenn keine mehr als nullstelligen, vielleicht sollte ich das sagen, Funktionssymbole auftauchen. Sobald ein Funktionssymbol auftaucht, kann ich natürlich beliebig tiefe Schachtelungen in dieses Funktionssymbol konstruieren. Dann wird es immer unendlich. Aber es könnte sein, ich habe nur Konstanten, dann wäre das Erbron-Universum endlich. Und es ist niemals leer. Das ist im Wesentlichen der Grund für diese seltsam anmutende Konstante A, die beliebig ist. Wir wollen einfach sicherstellen, dass irgendein Element in diesem Universum auftaucht, dass da also irgendetwas existiert. Wenn wir schon andere Elemente, andere Konstanten in f haben, dann könnten wir diese Konstante auch einfach weglassen. Die brauchen wir wirklich eigentlich nur für den Fall, dass wir sonst keine Konstanten hätten und damit nicht genügend Elemente im Erbron-Universum finden würden. Okay. Das also ist das Erbron-Universum und mit dem wollen wir jetzt Interpretationen erbilden. Hier ist noch ein kleines Beispiel. Hormel f, p von f von x, y, g von z hat also zwei Funktionssymbole f und g und keine Konstanten. Und das Erbron-Universum, was ich erhalten würde, würde jetzt enthalten die Konstante A natürlich, die ich hinzufüge. Dann f von A und g von A. Das kann ich hier nach der dritten Regel bilden. Dann natürlich aber auch f von f von A, f von g von A, g von f von A, g von g von A und so weiter und so fort. Unendlich viele, aber abzählbar unendlich viele verschiedene Terme. Alle ohne Varianten. Okay. Das also ist das Erbron-Universum. Und die Interpretationen, die ich jetzt damit bilde, sind Interpretationen, die das als Grundmenge verwenden und die zusätzlich einfach Terme durch sich selbst interpretieren. Und was das genau heißt, sehen wir gleich an der Definition hier. Eine Erbron-Interpretation für eine Formel f ist eine Interpretation i. Für die gilt, die Domäne von i ist das Erbron-Universum von f. Und für jeden Term t in diesem Universum lege ich fest, t interpretiert ist t. Das heißt, wir haben hier t in zwei verschiedenen Funktionen. Das auf der linken Seite stehende t ist ein Term, also ein syntaktisches Element aus der Sprache der Formeln sozusagen. Oder Teilkomponente, die wir benötigen, syntaktisch, um Formeln zu definieren. Und der keine Variablen hat in dem Fall. Also ich betrachte hier nur solche Terme, die Variablen frei sind, die im Erbron-Universum vorkommen. Und ich lege jetzt fest, dass die Interpretation diesem Term als Wert das Domäne-Element zuweisen soll, das t selbst ist. Das ist also ein Element aus dem Erbron-Universum. Dieser Term hat keine Variablen, der kommt also dort vor. Das heißt also, der kann gewählt werden. Und es ist, wie man leicht sehen kann, auch zulässig so zu wählen. Also normalerweise hatten wir ja Terme interpretiert, indem wir die Konstanten interpretieren und die Funktionen als Abbildungen interpretieren. Also für jedes Funktionssymbol festlegen, wie die Abbildung stattfindet. Und wir hatten nicht ganze geschachtelte Terme in einem Schritt interpretiert. Aber hier ist das zulässig. Hier kann ich auch passende Funktionen dafür finden, für diese Abbildung, die also das tatsächlich realisieren wird. Okay, also jeder Term wird als sich selbst interpretiert. Und das legt insbesondere auch fest, wie eine bestimmte Funktion über Elementen, über Domänen-Elementen aus dem Erbron-Universum agieren soll. Also was passiert, wenn die Funktion f zum Beispiel auf bestimmte Elemente, t1 bis tn, aus diesem Erbron-Universum angewendet würde? Naja, ich bilde einfach den Term f von diesen Argumenten. Das ist dann der Funktionswert. Okay, also Sie sehen, man kann die alle gleich so interpretieren. I ist ein Erbron-Modell. Bis jetzt war es nur eine Interpretation. Wir nennen das ein Modell, wenn es zudem die Formel erfüllt. Also für f, nicht wahr? Okay, das ist der Modellbegriff und der Erbron-Interpretationsbegriff kombiniert. Okay, das also sind Erbron-Modelle. Einfache Modelle, die jeden Term, der keine Variablen enthält, syntaktisch interpretiert. Was machen wir mit Termen, die Variablen enthalten? Naja, die müssten natürlich mit einer Variablenzuweisung interpretiert werden. Das heißt, man müsste die Variablen, die darin vorkommen, auf irgendwelche Domänen-Elemente abbilden und dann die entsprechende Interpretation finden. Und da sehen Sie, naja, die Domänen-Elemente sind ja wieder Terme. Das heißt, ich würde dann für die Variablen wieder Terme ohne Variablen einsetzen. Und das Ergebnis der Interpretation wäre dann wieder der Gesamtterm ohne Variable, der da rauskommt. Also das ist ganz einfach. Okay, das sind also Erbron-Interpretationen. Wir behalten einfach die Syntax bei und nehmen das als Interpretation. Hier ist noch eine Anmerkung. Die Definition stellt Bedingungen an Grundbereich und Terminterpretation. Also sie sagt, wie die Domäne aussehen muss und wie die Terme interpretiert werden. Aber sie lässt viele Freiheiten. Also was wir hier nicht definieren, ist, wie Prädikate interpretiert werden sollen. Also es gibt viele verschiedene Erbron-Interpretationen und nicht alle sind Erbron-Modelle. Also das kann man, das hängt davon ab, wie dann die Prädikate interpretiert sind. Und das sieht man auch hier nochmal am Beispiel. Wir betrachten eine einfache skolemisierte Formel, die wir vorher schon betrachtet haben. Nämlich die Formel, die sagt, jeder hat einen Vater. Also für alle x gilt hat Vater x, f von x. f war die Skolem-Funktion. Dann habe ich als Erbron-Universum dieses hier. a als Hilfskonstante und dann f von a, f von f von a und so weiter. Und alle möglichen Erbron-Interpretationen haben das als Domäne und interpretieren die Terme auf die gleiche Art. Aber es gibt trotzdem unterschiedliche Erbron-Interpretationen. Eine wäre zum Beispiel diejenige, die ich hier als i1 bezeichnet habe, die das Prädikat hat Vater auf die leere Menge abbildet. Das heißt, dort gibt es keine Paare, keine binären Tupel in der Relation hat Vater. Das wäre dann aber auch kein Erbron-Modell. Denn offenbar gilt die Formel f, die sagt, für alle x gilt hat Vater x, f von x nicht, wenn überhaupt niemals hat Vater gilt. Dann gibt es viele x, für die das nicht gilt. Interpretation i2 ist die, die wir vielleicht am ehesten im Sinn hatten, als wir das aufgeschrieben hatten. Das ist die Interpretation, die hat Vater alle Paare von Termen t und Termen f von t zuordnet. Das heißt, für jedes Element t gibt es genau einen Vater hier, der mit f von t notiert wird. Und das mache ich für alle Terme. Das wäre ein Erbron-Modell, weil es tatsächlich für alle x gilt, dass f von t in der Relation hat Vater steht, wie gefordert von der Formel. Ich könnte aber auch noch allgemeiner sein und könnte ein drittes Erbron-Modell finden, i3, was einfach die Relation hat Vater als das kathesische Produkt über der Domäne interpretiert. Das heißt also, alle Paare stehen in dieser Relation. Alles ist Vater von allem. Und auch diese Interpretation würde diese Formel wahr machen. Denn offenbar gilt das für alle x. Es gilt sogar noch viel mehr als das. Okay, also wir sehen, es gibt viele Erbron-Interpretationen, manche davon sind manchmal Modell. Jetzt kann man mit dieser syntaktischen Interpretation von Formeln viele Dinge sehr vereinfachen. Und ein Beispiel dafür sieht man hier auf dieser Folie, auf der ich eine ganz einfache Hilfsaussage mal feststellen will. Nämlich, dass man durch diese Erbron-Interpretationen zwischen Syntax und Semantik ziemlich gleitend hin und her wechseln kann. Also die große Unterscheidung, die wir vorher hatten, dass Syntax-Formeln sind, die man aufschreibt und die irgendwie Zeichenketten entsprechen. Und Semantik etwas Abstraktes ist, wo ich irgendwelche Domänelemente hatte oder sie erinnern sich ja, Inseln mit Einwohnern oder was auch immer da sein könnte. Also beliebige Dinge, die irgendwie eine relationale Struktur bilden. Plötzlich sind diese beiden Welten gleich und lassen sich in Beziehung setzen. Und das Lemma gibt ein Beispiel dafür. Für jede Erbron-Interpretation i, jede Zuweisung z für i, jeden Term t aus der Domäne von i. Das ist natürlich das Erbron-Universum von einer bestimmten Formel, für die das die Erbron-Interpretation ist. Das habe ich ja nicht genannt, welche Formel das sein könnte. Und jede beliebige Formel f, nicht unbedingt nur für die, die wir als Grundlage für die Erbron-Interpretation hatten, gilt folgendes. Also für alle diese Dinge in beliebiger Konfiguration gilt. i gemeinsam mit z, wobei x durch t ersetzt wird, erfüllt f. Genau dann, wenn i gemeinsam mit z die Formel f erfüllt, in der wir x durch t syntaktisch ersetzt haben. Und was wir also jetzt hier machen, ist, auf der einen Seite hier links haben wir eine Variablenzuweisung modifiziert. Wir haben gesagt, die Variable x wird auf das Domänelement t, auf diesen Term, abgebildet. Auf der rechten Seite dagegen haben wir gesagt, wir wenden eine Substitution auf die Variable x ein und ersetzen sie durch einen anderen Term. Und diese beiden Dinge sind äquivalent. Also es ist egal, ob ich die auf semantischer Ebene x irgendwie interpretiere oder ob ich das gleich syntaktisch einsetze. Also ich kann zwischen diesen beiden Sichten wechseln. In der Erbron-Interpretation ist das das Gleiche. Okay, da gebe ich keinen Beweis an. Das ist ziemlich einfach und ziemlich direkt. Kann man sich an den Definitionen überlegen. Vielleicht eine ganz gute Übung, kann man mal durchgehen. Hier ist noch eine kleine Anmerkung, die ich tatsächlich auch verwenden werde hier auf die Folien. Man kann ein entsprechendes Resultat auch bei Nicht-Ebron-Interpretationen zeigen. Und das ist eigentlich genauso einfach. Dann muss man aber auf der linken Seite, also hier, den Term t durch t interpretiert durch i und z ersetzen. Weil t natürlich bei beliebigen Interpretationen überhaupt kein Domänelement ist. Ich kann nicht einfach irgendeinen Term hier hinschreiben. Auch nicht einen, der keine Variablen enthält. Und sagen, ich ersetze x mit diesem Term. Der kommt ja vielleicht gleich in der Domäne vor. Aber ich kann x mit dem Element ersetzen, als dass der Term interpretiert würde unter dieser Zuweis. Und wenn man noch ein bisschen präziser sein wollte, könnte man das Komma z hier auch weglassen. Da ich ja in dem Fall mich zumindest hier nur für Terme interessiert habe, die keine Variablen enthalten. Weil sie ja in der Erbron-Interpretation als Element vorkommen. Dann brauche ich auch kein z, um die zu interpretieren. Das lässt sich also verallgemeinern. Aber bei Erbron-Interpretationen ist es besonders einfach. Da ist die Interpretation von t eben genau das gleiche wie t selbst. Okay, gut. Das ist also dieser Bezug und vielleicht ein bisschen was, was noch eine zusätzliche Sicht auf diese speziellen Interpretationen uns gibt. Okay, also Erbron-Interpretationen, Erbron-Modelle, Syntax gleich Semantik. Schön eine Vereinfachung im Prinzip. Wenn Sie noch ein bisschen verwirrt sind und sagen, das ist aber nicht richtig einfach, schauen Sie es sich noch mal in Ruhe an. Das ist nicht so schwer. Man kann noch mal ein paar Notizen dazu machen. Mal überlegen, wie ist das gemeint mit dieser Definition. Und ich denke, wir werden auch in den Übungen noch ein paar Beispiele sehen. Okay, aber das Ziel, warum wir das eigentlich alles gemacht haben, ist, dass uns Erbron-Interpretationen eine Art von Modellen liefern, die so allgemein sind, dass sie immer noch für die Fälle, die uns interessieren, Erfüllbarkeit charakterisieren können. Und das kann man als Satz definieren. Hier steht da geschrieben, ein Satz F in Skulem-Form ist genau dann erfüllbar, wenn F ein Erbron-Modell hat. Also, Erfüllbarkeit wird charakterisiert mit Erbron-Modellen. Muss keine andere Art von Interpretation anschauen. Es reicht, wenn ich frage, gibt es ein Erbron-Modell und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, weiß ich auch, ob es überhaupt irgendein Modell gibt. Egal, wie allgemein und esoterisch dieses Modell vielleicht aussehen mag, mit beliebigen Überabsehbar-Domänen etc. All das kann ich mir sparen. Es reicht aus, wenn ich Erbron-Modelle anschaue. Und das vereinfacht eine Menge. Okay. Das ist eine genau dann-wenn-Aussage. Die hat zwei Richtungen. Aber Sie sehen, eine dieser Richtungen ist trivial. Nämlich die, die sagt, wenn F ein Erbron-Modell hat, dann ist der Satz erfüllbar. Weil, naja, ein Erbron-Modell ist auch insbesondere ein Modell, halt nur ein besonderes Modell. Das heißt also, wenn der Satz ein Erbron-Modell hat, dann hat er ein Modell. Und das ist ja genau das, was Erfüllbarkeit erfragt. Das heißt, alles klar. Aus Erbron-Modellen folgt Erfüllbarkeit. Erfüllbarkeit. Die interessante Richtung ist die Umkehrung. Erfüllbarkeit heißt ja, es gibt irgendein Modell. Und was ich zeigen will, ist, dass es dann aber auch ein Erbron-Modell gibt. Ein so spezielles, eingeschränktes, vereinfachtes Modell. Und das ist das, was hier bewiesen werden muss. Und das wollen wir jetzt machen. Das stellt sich ja ziemlich einfach heraus. Das ist nur ein bisschen syntaktisches Hin- und Hergeschiebe, wie wir sehen werden. Sei I also irgendein Modell für F. Das ist das, was Erfüllbarkeit uns gibt. Damit können wir starten. Wir definieren uns jetzt eine Erbron-Interpretation J wie folgt. Wir sagen einfach, für jedes Prädikat P ist die Interpretation, also unter J, gegeben durch die folgende Relation. Wir nehmen einfach die Menge aller Tupel T1 bis Tn. Für die gilt, dass T1 bis Tn, wenn man sie interpretiert, in Pi liegen würden. Oder in Pi liegen, ja, für diese Interpretation. Hier sind diese Tis natürlich alle Variablen freier, denn es sind ja Elemente aus dem Universum, aus der Domäne dieser Erbron-Interpretation. Und Erbron-Interpretation haben das Erbron-Universum als Domäne. Das heißt, da sind nur Variablen freier Terme drin. Und das heißt, ich kann von deren Interpretation unter I sprechen. Ich brauche da keine variablen Zuweisungen. Das ist also wohl definiert. Das ist die Anmerkung. Und das ist alles, was ich definieren muss, um eine Erbron-Interpretation J zu beschreiben. Denn alle anderen Bestimmungsstücke von Interpretationen, also die Domäne und die Art, wie die Terme interpretiert werden, das ist ja für Erbron-Interpretationen schon festgelegt. Also das ist hier nicht nochmal notwendig, das zu definieren. Nur die Prädikate stehen uns frei, noch zu wählen. Und das ist das, was hier passiert. Wir wählen genau die Prädikate, die syntaktisch dem entsprechen, was auch in I gelten würde. Okay. Und was ich jetzt behaupte, ist, dass diese Konstruktion funktioniert, dass wir auf diese Art tatsächlich aus einem beliebigen Modell, was vielleicht eine überabzählbare Domäne hat und sehr kompliziert aussehen könnte, ein solches Erbron-Modell erhalten. Okay. Und das muss ich jetzt noch zeigen, dass es wirklich ein Erbron-Modell ist. Und das mache ich auf einer zweiten Folie für diesen Beweis. Und dann haben wir das schon geschafft. Ich gehe davon aus, dass ich die Formel F gegeben habe in Scholem-Form. Das heißt also, sie kann allgemein so dargestellt werden, dass ich sage, für alle x1 bis xn g. Und g selbst ist quantorenfrei. Das ist also eine allquantifizierte Formel. Alles Existenzielle habe ich schon scholemisiert. Und ich habe so eine Pränex-Variante davon. Okay. Das ist also meine Formel. Und ich möchte zeigen, dass das ij ein Modell davon ist. Ich weiß, dass i ein Modell für f ist. Das heißt, weil f so allquantifiziert ist, kann ich daraus folgern, i muss für eine beliebige Zuweisung z den inneren Teil g erfüllen. Und eine beliebige Zuweisung ist letztlich insbesondere eine beliebige Zuweisung für die Variablen x1 bis xn. Das heißt, da habe ich den Allquantor beschrieben, wenn ich das so schreibe. Und für jede solche Zuweisung z soll das gelten. Okay. Das ist einfach eine Umschreibung der Eigenschaftenmodell zu sein für so eine allquantifizierte Form. Okay. Das kann ich jetzt spezialisieren. Speziell gilt also für alle Terme t1 bis tn aus dem Erbron-Universum, dass i zusammen mit der Zuweisung, die x1 auf die Interpretation von t1 und xn auf die Interpretation von tn abbildet, dass diese Zuweisung auch g erfüllt. Also es gilt ja für alle Zuweisungen, also auch für diese besondere, die ich mal so mir aussuche. Also es ist eine beliebige Zuweisung über Elementen, die repräsentiert werden können mit Termen, die keine Variablen enthalten aus diesem Erbron-Universum. Okay. Gut. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Wir haben also jetzt diesen Ausdruck hier, i, mit so einer Belegung erfüllt g. Und jetzt möchte ich diese Belegung in, auf die andere Seite bringen, so ähnlich wie ich es gerade mit dem Lemma gemacht habe. Bloß wir sind ja hier noch an einer Stelle mit i, wo keine Erbron-Interpretation vorkommt. Ich hatte aber argumentiert, dass man es auch für beliebige Interpretationen so machen kann, als Randbemerkung. Und tatsächlich folgt also, es muss g, i erfüllt die Formel g, die ich erhalte, wenn ich die Variablen ersetze durch die entsprechenden Terme. Und das ist hier ganz leicht zu sehen. Das sind Terme ohne irgendeine Variable darin. Und wenn ich g interpretiere, wenn ich g auswerte unter i, dann wird an allen Stellen, wo x1 steht zum Beispiel, am Ende das stehen, was ich erhalte, wenn ich t1 interpretiere. Und das war ja genau das, was ich in der anderen Situation für x1 eingesetzt habe. Also es ist klar, dass das so umgeformt werden darf. Okay. Das heißt also, ich weiß jetzt, dass i eine bestimmte Instanz, könnte ich sagen, der Formel g erfüllt, bei der ich die Variablen auf eine bestimmte Art interpretiert habe. oder auf eine bestimmte Art konkretisiert habe. Anstatt für alle steht jetzt für diese spezifisch. Okay. Das kann ich jetzt nutzen, um nach j zu wechseln, weil die Interpretation j war ja definiert bezüglich der Terme aus dem Apprent-Universum für die i ein bestimmtes Prädikat wahr macht. Wir können uns jetzt hier vereinfachend mal vorstellen, wir hätten hier kein g, sondern einfach ein p, ein einfaches Prädikat. Und das wäre hier ein Prädikat, was einfach die Argumente x1 bis xn hätte, anstatt eine Formel g, in der das x1 bis xn irgendwo vorkommen kann. Und vielleicht noch Buhlscher-Operatoren und all das. Also stellen wir uns erst mal vor, es wäre ja nur ein einziges Atom mit einem Prädikat davor. Dann ist dieser Schritt ziemlich leicht zu sehen, weil das genauso definiert worden ist. Wir haben gesagt, die Tupel, die enthalten sind in einem bestimmten Prädikat, wenn ich es interpretiere unter j, sind genau die Tupel, für die ein entsprechendes i interpretiertes Tupel unter i in diesem Prädikat enthalten wäre. Das war die Definition. Können Sie gerne noch mal zurückgehen und sich anschauen, wie die aussah. Dann sehen Sie, dass das direkt folgt. Das heißt, für Atome ist dieser Schritt leicht. Und g ist jetzt nicht unbedingt ein Atom. Das kann auch eine Buhlscher-Kombination von vielen Atomen sein. Aber um von einer Aussage über Atomen zu einer Aussage über beliebige Buhlscher-Verknüpfungen dieser Atome zu kommen, kann man ganz einfach so ein induktives Argument wieder benutzen. Das ist also etwas, was Sie schon gesehen haben. Strukturelle Induktion ist die Technik, die wir immer benutzen, um eine Aussage, die für Atome gilt, auf beliebige Formeln, auf beliebig komplizierte, zusammengesetzte Formeln hochzuziehen. Und das gilt hier auch. Also die Atome sind der Induktionsanfang. Und mit verschiedenen Induktionsschritten kann ich das jetzt auch für Konjunktionen von solchen Atomen zeigen oder für Negationen oder für Konjunktionen von Formeln, von denen ich schon gezeigt habe und so weiter. Okay. Das würde also machbar sein. Und wir stellen fest, also mit diesem etwas groben Skizzieren, was ich hier mache, dass tatsächlich I auch diese Formel erfüllt, die ich erhalte, wenn ich diese spezielle Ersetzung durchführe. Pardon, J ist dieses Gebilde. Also ich bin jetzt schon bei J, meiner Abram-Interpretation, von der ich zeigen will, dass es ein Abram-Modell von F ist. Bisher habe ich gezeigt, dass es ein Modell ist von G mit dieser spezifischen Ersetzung. Und jetzt kann ich zurückgehen zu G ohne diese Ersetzung, indem ich das Lemma von eben gerade anwende und diese Substitution in eine Variablenzuweisung umwandle. In dem Fall müssen wir nichts interpretieren, weil die Interpretation von T1 unter J einfach wieder T1 ist. Das war also das Lemma. Und dann steht hier, dass also J mit dieser spezifischen Variablenzuweisung G erfüllt. Aber wir erinnern uns, wir hatten ja gesagt, dass das für alle möglichen T1 bis Tn gilt, die im Abram-Universum stattgefunden werden können. Und da das also für alle möglichen Werte von T1 bis Tn gilt, gilt es letztlich für alle möglichen variablen Belegungen, die ich für J finden kann. Es gibt ja nur die Terme im Abram-Universum. Also das heißt, ich kann nur unter solchen wählen, wenn ich X1 bis Xn interpretiere unter J. Und da ich gezeigt habe, dass für alle T1 bis Tn diese Eigenschaft gilt, gilt es für alle Belegungen von X1 bis Xn. Und mit anderen Worten, J erfüllt die allquantifizierte Version von der Formel, also F selbst. Okay. Und damit endet der Beweis. Also es sind ein paar Schritte, wo ich ein bisschen schnell oder wo ich ein bisschen gesprungen bin. Aber die Kernidee ist, so wie sie hier aufgeschrieben ist, eigentlich relativ einfach. Und selbst wenn Sie vielleicht einige Teilschritte nicht so komplett einleuchtend fanden oder ein bisschen verwirrt waren, können Sie sich zumindest die Gesamtsicht nochmal klar machen hier. Wir beginnen mit der Information, dass die Interpretation i die Formel erfüllt im Ganzen. Und wir brechen das dann runter auf einzelne Werte und machen bei den einzelnen Werten den Schritt zu dieser neuen Abram-Interpretation. Also das heißt, weil wir wissen, dass i für alle Werte die Formel erfüllt, können wir mit unserer besonderen Definition von j auch zeigen, dass j ebenfalls die Formel für alle Werte, die j überhaupt zur Verfügung hat, erfüllt. Und daraus folgt dann, dass j auch diese allquantifizierte Formel erfüllt. Und Sie sehen schon, in dieser ganzen Beweiskonstruktion ist es entscheidend, dass wir lauter allquantoren vornstehen haben. Das ist also eine wichtige Eigenschaft der Formel, die wir hier ausnutzen. Es gibt nur allquantoren und die stehen alle ganz vorne und ich muss also nur alles, irgendetwas für beliebige Terme zeigen, also für alle Terme zeigen, die es gibt. Und dann habe ich den allquantor erzeugt und damit ist mein Beweis erbracht. Und wenn die Formel nicht diese Form hätte, wenn da zum Beispiel Existenzquantoren stehen könnten, wäre das kein gültiges Argument. Dann könnten wir nicht einfach sagen, die Formel sieht so aus und dann müssten wir für andere Fälle auch Argumente bringen. Und es stellt sich heraus, dass das nicht funktionieren würde. Der Beweis hängt wirklich davon ab, die ganze Eigenschaft, dass Erfüllbarkeit durch Abbran-Interpretationen repräsentiert wird, die hängt davon ab, dass wir hier mit Scholem-Formen arbeiten, wo nur allquantoren vorkommen. Und um das zu sehen, können wir leicht uns ein Beispiel anschauen, wo die Behauptung nicht gelten würde, was aber eben auch nicht in Scholem-Form ist. Schauen wir uns dafür diese Formel an, die sagt, es gibt ein x, sodass p von x gilt und es gibt ein y, sodass nicht p von y gilt. Also manche Elemente sind in p und manche nicht. Das ist offensichtlich erfüllbar. Man kann sich eine Interpretation vorstellen, wo es ein Element gibt, was in p liegt und ein anderes, was nicht darin liegt. Und dann ist auch diese Formel wahr. In der Formel kommen aber keine Konstanten und auch keine Funktionen vor. Das heißt, das Erfüll-Universum ist ziemlich einfach. Das ist einfach nur a. Das ist unsere Hilfskonstante. Ein sehr endliches Erfüll-Universum. Jetzt ist es aber leider so, dass keine Interpretation i mit dieser Domäne a ein Modell der Formel ist. Da es nur zwei Möglichkeiten gibt, das Prädikat p zu interpretieren. Wenn nur ein Element vorhanden ist, dann ist p entweder interpretiert als die leere Menge, wenn das Element nicht darin ist. Oder p wird interpretiert als die Menge, in der nur a vorkommt. Aber dann ist die Negation von p die leere Menge, weil es keine weiteren Elemente mehr gibt, neben a. Das heißt, eines der beiden ist jeweils leer und damit ist der entsprechende Teil der Formel nicht wahr und die Konjunktion damit auch nicht und das heißt, die Formel ist nicht erfüllt. Also das bedeutet, wir sehen, Erbron-Interpretationen funktionieren aber nur für Skulem-Formen. Und das können wir auch hier nutzen. Wir könnten hier Skulem-Sieren. Wenn wir die Skulem-Form bilden, müssen wir aber zwei Existenzquanturen entfernen und bekommen zwei nullstellige Skulem-Funktionen hinzu. c und d nenne ich die hier immer mal. Das sind also Konstanten. Dann habe ich aber jetzt zwei verschiedene Konstanten. Ich habe ein Erbron-Universum, in dem zwei Konstanten auftauchen, sogar nach unserer Definition drei, weil das a ja immer dabei ist. Aber jedenfalls habe ich genügend Konstanten, um eine davon in p zu stecken und eine davon nicht in p zu stecken und die Formel also insgesamt so. Okay, also das heißt, in dieser Domäne existiert wieder ein Erbron-Modell. Die Erfüllbarkeit wird korrekt dargestellt. Okay, gut. Also, was haben wir gelernt? Im Wesentlichen haben wir gelernt, wenn wir uns auf Formeln in Skulem-Form beschränken, so wie wir das bei Resolutionen ja letztlich tun, dann können wir die Frage, ist eine Formel erfüllbar, vereinfachen und einfach nur fragen, hat eine Formel ein Erbron-Modell? Und das wird uns helfen, die Vollständigkeit für Resolutionen zu belegen und zu verstehen, warum funktioniert das jetzt, dass wirklich immer dann, wenn die Formel kein Erbron-Modell hat, unerfüllbar ist, auch die leere Klausel irgendwann abgeleitet werden muss. Okay, wie genau das funktioniert, das kann ich Ihnen aber erst beim nächsten Mal verraten, denn dieses Video ist jetzt schon lang genug, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.